Die ganze Übung, die ich dir heute vorstelle, ist tatsächlich nicht eine Erfindung von mir, sondern diese Übung gibt es tatsächlich schon über 100 Jahre, denn der Erfinder des Augentrainings hat genau diese Übung als allererstes erfunden. Das Ganze, wie gesagt, nennt sich Palmieren, ist eine Entspannungsübung und die hilft wirklich sofort. Die kannst du machen, egal ob es früh ist, ob es Mittag ist, ob es arm ist, denn diese Übung hilft dir dabei, deine Augen vollständig zu entspannen. Alles, was du dazu brauchst, ist wie gesagt zwei Minuten Zeit und deine beiden Hände. Diese beiden Hände reibst du schön aneinander, dass sie richtig schön warm werden, so wie an kalten Wintertagen und schließt dann einmal deine Augen. Ich mache das jetzt einmal vor, ich schließe meine Augen, lege meine warmen Handfläche auf meine geschlossenen Augen, atme einmal tief ein und aus und versuche, dass wirklich alle grellen Blitze vollständig weg sind. Das ist wirklich sehr wichtig, weil dann sehen wir auch, dass unsere Augen sich vollständig erholt haben. Ich würde dir empfehlen, wie gesagt, das Ganze so oft zu machen, bis du wirklich keine grellen Blitze mehr siehst. Lass auch gerne deine Augen in der Zwischenzeit immer geschlossen, mach einfach so weiter, versuch deine Hände wieder aneinander zu reiben und versuch zu entspannen. Und je öfter du das machst, desto mehr entspannen sich deine Augen. Und wenn du das nächste Mal machst, zum Überprüfen, ob sich deine Seelkraft verbessert hat, such dir einfach ein Objekt oder einen Gegenstand in der Ferne raus, den du vorher nicht hundertprozentig scharf sehen kannst. Mach dann in zwei, drei Minuten diese Entspannungsübung und du wirst danach wahrscheinlich merken, dass dieses Objekt, was du dir vorher rausgesucht hast, wieder gestochen scharf sehen kannst. Und dann, wie gesagt, das ist das, was du dir vorher rausgesst.